guten morgen aus ölzen hier haben wir den nächsten k klinik action camp 4.0 ausbau für selbst ausbauer fertig in ein matt schwarz hochglanz rot silber auch hier wieder die arbeitsfläche ohne ausschnitte die frontblende ohne ausschnitte platz für den kompressor kühlschrank unsere möbelzahlen k klinik action camp 2.0 und 4.0 bieten wir auch für den selbst ausbauer an das heißt ihr könnt euch hier die möbelzahlen abholen und die selber einbauen wir geben euch noch ein paar tipps dazu wie man das alles macht wo das alles genau hinkommt auch mit unseren hängeschrank mit dem rollos heckschrank der kleinere schrank auf der küche 4.0 das ist der lange radstand für den vw t5 t6 t6.1 passt in jeden transporter rein mit anpassungen mit dem fußboden das findet ihr alles bei uns auf der homepage unter k klinik ölzen.de alle informationen für den ausbau hier ist eine in matt schwarz hochglanz rot silber mega cool cooles design komplettes programm action camp 2.0 und 4.0 haben wir für den selbst ausbauer kann hier bei uns vor ort angeguckt werden abgeholt werden und wie gesagt wir unterstützen euch auch bei der montage gerne anfragen ruft uns an schickt uns eine mail guckt bei instagram facebook oder tik tok youtube kanal natürlich da findet ihr alles über den selbst ausbau action camp 4.0 haben wir einmal verfügbar das heißt er ist kurzfristig da alles andere können wir auf wunsch bauen schaut euch gerne mal um und meldet euch bei uns bis dann ciao